Servus Leute, willkommen zurück zu einem neuen Pokémon TCG Opening. So, ich weiß nicht, ob man den Unterschied sieht, aber ja, die Ringlampe, das Ringlicht, was ich letzte Woche ausprobiert habe, das habe ich wieder zurückgeschickt. Ich habe dann nachher im Schnitt gesehen, das war leider gar nicht so geil. Also die Mitte war zwar gut ausgeleuchtet, aber hier neben war wie so eine Vignette, also der Rand war ziemlich dunkel, sah nicht so geil aus. Und halt eben auch, wenn ich die Karte in der Hand hatte, war immer dieser Schein da drauf, ich habe es nicht richtig hinbekommen. Und sowieso dann auch die Karten, wenn ich sie hier auf die Matte gelegt habe, waren immer durch den Kreis halt eben ein paar überbelichtet. Deswegen wieder das Setup wie vorher. Allerdings habe ich die Lampe, wo ich schon erzählt habe, diese, ich glaube, die ist gar nicht von GoPro selbst, sondern von SP Gadget oder so. Auf jeden Fall, das ist so eine Lampe, die macht genauso hell wie so ein Autoscheinwerfer. Steht zumindest so in der Produktbeschreibung und passt halt eben eine GoPro oben drauf, beziehungsweise auch unten dran. Die habe ich jetzt mal anders positioniert, die leuchtet jetzt nicht mehr so von der Seite, sondern strak von vorne. Jetzt ist sie zwar nicht mehr an meinem Bildschirmhalter quasi festgeklemmt mit so einer Klemme, sondern die liegt jetzt nur auf dem Bildschirm. Aber ich meine, solange ich stehen halt fest auf den Tisch haue, sollte die auch da oben bleiben und nicht runterfallen. Von daher, ich habe es ausprobiert, ich glaube, es ist ein bisschen besser. Von daher, vielleicht ist ja jetzt das erstmal das Setup, wie man es dann belassen kann. So, ich habe mir eine Kleinigkeit überlegt und zwar ist ja bald Weihnachten, genau, noch vier Wochen und wir stehen auch kurz vor dem 100. Opening. Genau, wir haben jetzt klar, also das hier dürfte jetzt das 97. TCG-Video auf dem Kanal sein, kurz vor der 100, kleiner Meilenstein. Von daher habe ich mir etwas Besonderes überlegt und zwar, weil das kann ich auch eigentlich gleich erzählen, genau, mache ich gleich, dann haben wir eh ein Thema. Was wir heute aufmachen werden, ist eine Box, die ich noch nicht aufgemacht habe und die jetzt schon wieder ein bisschen länger draußen ist, aber eine sehr coole Box, wie ich finde. Und zwar habe ich hier heute einmal für euch die Clurac Premium Kollektion, beziehungsweise Clurac EX Premium Kollektion, weil hier ist als Promo-Karte ein Clurac EX drin. Dann nochmal Clutexo und Clumanda als Holo und ein paar, kann man sie nun, Purpur-Sets. Obsidian Flammen ist auf jeden Fall hier drin. Ich kenne leider die Booster Artworks nicht ganz genau, deswegen kann ich dir gar nicht sagen, was hier hinten drin ist. Was auf jeden Fall hier vorne ist, Obsidian Flammen, würde auch Sinn machen bei einem Clurac EX. Kartonschen hier, das da auch Obsidian Flammen drin ist. Und hier hinten sind dann noch Sleeves, müssten das sein. Aber das steht doch garantiert auch hier hinten drauf, was da drin ist. Wir schauen mal gerade. Eine geprägte holographische Promokarten mit Clurac EX, okay. Zwei Karten mit Clumanda und Clutexo. Sechs Booster-Packs des Pokémon-Sammelkartenspiels, in dem Fall halt ganz schön Popo-Era. Ein magnetischer Kartenhalter mit Standfuß. Ah, das ist das Ding, okay. Okay, 65 Kartenhüllen mit Clurac als Terra-Kristall-Pokémon und eine Code-Karte. Okidoki. Dann genau das hier hinten, das ist dieser Kartenaufsteller dann. So, ja, würde ich sagen, verschwenden wir gar nicht weiter Zeit. Reißen mal die Box auf. Im wahrsten Sinne des Wortes reißen wir die mal auf. Das ist immer diese... Es gibt ja zwei verschiedene Boxen. Einmal die, die von selbst aufgehen. Da natürlich ganz präsent die Celebrations-Boxen. Also die gehen wirklich von selbst neben einfach auf. Wenn du die lange im Schrank stehen hast, irgendwann ist die Box auf. Und halt eben hier diese richtig hart verklebten, die du eigentlich quasi überhaupt nicht aufgehen wollen. Das sind so die zwei Arten, zwei Typen von Pokémon-Boxen. Da die drei Promokarten, gucke ich gleich nach. Und dann haben wir hier jetzt den Inhalt. Also, Obsidian-Flammen, Obsidian-Flammen. Obsidian-Flammen-Entwicklungen in Paldea. Und zweimal Kamsin und Purpur Base-Set. Alles klar. Das sind die Dinge, die wir heute aufmachen werden. Die Booster. Dann haben wir einmal diesen Standfuß. Der sieht ziemlich geil aus. Und von hier denen, die habe ich tatsächlich... Moment, hol ich mal gerade. Ja genau, ich habe es gefunden. Also, das Ding hier, das ist ja von... Moment, wo... Genau hier. Das ist von Ultra Pro. Und das hier auch von Ultra Pro. Ich habe hier sogar... Das waren die, die ich gerade gesucht habe. Die sind auch von Ultra Pro. Das sind genau dieselben. Nur der Rohton ist ein bisschen anderer. Das hier ist ein bisschen heller als der Standard-Rotton. Und davon habe ich auch ein paar. Und so habe ich da drin ganz viele Karten in meiner Vitrine stehen. So sieht das dann aus. Wobei das hier, das ist jetzt von Acero G. Dieser Magnetic Card Holder. Das sind jetzt zum Beispiel... Habe ich halt eben Base-Set-Karten. Glomanda in Rot. Shiggy habe ich dann in Blau. Grün habe ich leider keins. Deswegen habe ich Bisasam in Weiß. Aber ich habe zum Beispiel auch ganz viele Pikachu-Karten. Zum Beispiel das Geburtstags-Pikachu, was wir aus Celebrations gezogen haben. Oder Base-Set-Pikachu. Habe ich alle in diesen Karten halt dann hier so in der Vitrine stehen. Ist ganz geil, ne? Passt super da rein. Wie gesagt, das Ding ist auch von Ultra Pro. Das ist allerdings so reingestanzt. Ne, es ist aufgebracht. Geht nach außen. Und wie gesagt, hier dieser magnetische Kartenhalter von Acero G. Die Karte dann in Perfect Fit Sleeve. Und das dann wieder so zack zusammen. Sieht ganz cool aus. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, wer seine Karten irgendwie gescheit hinstellen will. Natürlich, das Ding aus Plastik, ne? Sieht jetzt nicht so geil aus wie vielleicht einstans. Was dann auch aus Acryl ist, dösisch dick. Aber wenn man es halt eben dann zu den einzelnen Pokémon-Typen irgendwie so, ne? Rot zu Rot und... Also Rot zu Feuer und Blau zu Wasser. Dann sieht es auch wieder ganz stimmig aus. So, wie gesagt, das Ding von Ultra Pro ist dann in dem Fall auch der. Ist es auch magnetisch? Okay, das ist auch magnetisch. Hä, das sieht genau gleich aus. Oder ist der vielleicht... Ne, das ist von... Das ist von... Das ist von Acero. Sieht irgendwie eins zu eins gleich aus. Okay, keine Ahnung. Vielleicht gibt es da auch irgendwie... Äh... Ja, oder? Warte mal, steht hier hinten was drauf? Ich habe gerade geguckt, hier steht nichts drauf. Weil hier unten steht auch Ultra Pro drauf, ne? Kann man es lesen? Da, Ultra Pro. Also wie gesagt, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das Ding hier von Acero G ist. Da habe ich nämlich letzte Woche noch die Verpackung von weggeworfen. Ähm... Aber ja, gut. Ist ja auch eh wurscht. Eben am Ende vom Tag, ne? Ist eh keine Werbung, die ich hier mache. Ich teile nur meine... Meine Informationen mit euch. Von daher, ob ihr jetzt Ultra Pro kauft oder Acero G, das ist mir sowas von wurscht. Nur halt eben, falls ihr euch fragt, was ich habe. Also ich habe auch hier die Dinger von Ultra Pro. Und meine Magnetic Card Sleeves hier, die sind von Acero G. So, jetzt aber genug darüber geredet. Gucken wir uns jetzt mal das Ding hier an. Sieht ganz geil aus. Oben mit allen Typen. Und auf der Rückseite, ja, dieses typische Terra Crystal mäßige Gedöns halt eben. Und Rot. Da passt doch schön gleich ein Clurac rein, finde ich. Dann haben wir hier noch die Sleeves. Auch die Terra Crystal Clurac. Hier ist nichts Ultraspannendes. Das sind halt eben Sleeves. Und dann würde ich sagen, Packs haben wir auch jetzt lange genug gesehen. Gucken wir mal nach den Promokarten. Da haben wir ja drei an der Zahl, wie schon da stand. Clurac EX, Clutexo und Clumanda. Mal gucken, wie die hier festgemacht sind. Mit einem riesen Schiffchen. Mit einem riesen Schiffchen. Und da ist auch LeCode Karte. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich die am besten rausbekomme, ohne dass die mir zu arg auf die Matte fallen. So war das doch ganz okay, würde ich mal meinen. So, erstmal hier den Code natürlich. Und dann gehen wir so der Reihe nach durch. Nach Evolution. Bzw. nicht Evolution, sondern nach Digitation auch nicht. Wie sagt man denn? Entwicklung halt, ne? Nein, die Güter. Alles klar. Gut. Hier haben wir dann ein wunderbares Clumanda. Leider vom Centering nicht so geil. Ich habe mir die Box rausgesucht, wo das Clurac EX am besten gesentert war. Weil das halt, ich sage mal ganz blöd, weil das die Karte ist, wo es drum geht. Aber Clumanda, wie gesagt, vom Centering her leider nicht so optimal. Ansonsten gucken wir uns die Karte mal von hinten an. Wie das da so ausschaut. Wenn er den scharf stellen möchte. Wobei, geht einigermaßen. Kanten, Edges. Sieht ganz gut aus. Wenn ich jetzt mal so sagen darf. Von daher, Clumanda Holo schon mal eine coole Karte. Moment, mir ist der Fokus verrutscht. Da ist er wieder. Also Clumanda als Holo auf jeden Fall schon mal eine coole Karte. Dann schauen wir uns Clutexo an. Clutexo auch aus OBF, Obsidian Flames. Das heißt, die Karten, die sind wieder schwierig vom Preis einzuschätzen. Weil es ist halt eben hier eine Ankommen. Aber trotzdem Holo. Das heißt, bei Card Market ist das dann immer ein bisschen blöd da, den Preis zu recherchieren. Weil dann halt eben, du musst dann auf den Beschreibungstext achten, wo dann dahinter steht. Holo aus der Box. Wie gesagt, die Karte ist ganz normal gelistet. Dann halt eben unter dem Set Obsidian Flamme als Ankommen. Aber auch die sieht von hinten ganz gut aus. Auch schon mal nice, nice. Und dann kommt jetzt der große Boy, Charizard Clurac IX aus der Clurac IX Premium Kollektion. Sehr geile Karte. Ist in dem Fall, also ist jetzt anders als die anderen beiden, keine Setkarte, sondern hier unten ist es Blackstar Promo. Das Clurac Full Art aus Obsidian Flammen guckt nach rechts und hat den Mund offen. Das ist der Unterschied. Ansonsten ist das einfach quasi nur gespiegelt. Und ja, wie gesagt, die Karte habe ich dann nach dem Centering ausgesucht. Ich habe drei Boxen davon gekauft. Eine jetzt hier zum Aufmachen. Eine für in den Schrank stellen. Wenn ich irgendwann mal vielleicht ein eigenes riesiges Gaming-Zimmer habe, habe ich vor, da alle Boxen in den Schrank zu stellen. Das ist so, aussieht wie in so einem riesen Kartenladen oder so. Deswegen kaufe ich immer eine Box mehr und die zweite Box, beziehungsweise die dritte. Mal gucken, was ich damit mache. Ja, wie gesagt, schöne Karte. Geiler Holo-Effekt. Auch die schauen wir uns mal von hinten an. Aber auch die, oh, die ist von hinten aber schlecht gesentert. Ei, ei, ei. Links zu rechts. Leck mich, Amoka. Okay, von vorne sah sie gut aus. Von hinten leider dann doch nicht so. Aber scheiß da auf. So, Clurac EX. Die Ratch gleich Sleeven. Und dann gehen wir mal an die Booster. So, noch nichts aufgemacht, aber schon drei coole Karten da liegen. So kann es gehen. Okay, ich würde sagen, wir gehen der Reihe nach. Also fangen an mit Kamsin Popo Base. Dann den einen Booster von Entwicklung in Paldea. Und zum Schluss dann die drei Obsidian Flammen. So, so schaut es aus. Würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein. Ja, was ich eben schon angeschnitten habe. Das geht ja jetzt so langsam auf Weihnachten drauf zu. Und ich habe vor, dann im Rahmen von Weihnachten, weil ja auch dann das 100 Opening Special quasi ansteht, auch ein paar Special Sachen aufzumachen. Und zwar will ich mich jetzt langsam steigern, bis Weihnachten, beziehungsweise bis Silvester dann eigentlich, der große Knall kommt. Fakuli in Reverse und Eisenrad EX Full Art. Okidoki. Das ist doch, finde ich, schon mal ein ganz geiler Hit aus der Box. Ja, lässt sich sehen. Full Art auf jeden Fall aus Single Boostern quasi. Das ist nicht schlecht. Geht auf jeden Fall schlechter, sage ich mal so. Genau, wie gesagt, ich will mich dann immer ein bisschen steigern jetzt, so von den Sachen, die ich aufmache, bis dann an Silvester am 31. Beziehungsweise Silvester ist dann eigentlich, also am 29. kommt quasi das Silvester Opening. Das ist aber schon das 101. Bei 101 ist ja auch so quasi auf die nächsten 100. Von daher, ja, wie gesagt, an Weihnachten. Oh, Banette EX. Der, also das ist ja krass. Zwei Booster, zwei Hits. Das, ja, nice. Da ist ja Real Talk schon mal mehr, als ich erwartet hätte. So, Entwicklung in Paldea. Um das dann mal zu Ende zu führen. Also, es wird jetzt nächste Woche, beispielsweise kann ich schon mal spoilern, was es geben wird. Nächste Woche wird es geben Schimmernde Legende. Eine Box, die ich glaube, auch schon zweimal aufgemacht habe. Also nichts Neues, aber Schimmernde Legende. Mods mäßig geiles Set. Viele Shinies drin. Und vor allem die eine Secret Rare. Das Mew Tube. Jeder kennt es. Das Mew, wie es da in der Klonröhre hängt. Die fehlt mir ja auch noch. Genau, das nächste Woche. Dann, weißt du noch nicht von der Reihenfolge. Es wird auf jeden Fall auch noch mal ein Eevee Heroes Opening geben, weil, da habe ich ja gesehen, ich habe ja noch ein halbes Display. Genau. Da hatte ich irgendwann mal angefangen, dass ich nur noch halbe Displays aufgemacht habe, weil das jetzt schon so teuer wurde. Und da habe ich noch ein halbes Display von. Und genau, das werden wir dann aufmachen. Und ja, ich sage mal so, für den Abschluss als Highlight habe ich mir noch was ausgedacht. Und zwar hatte ich ja vor allzu langer Zeit meinen Box Break mitgemacht. Mit dem wir das auf jeden Fall was zu tun haben. Genau, so viel dazu. Und dann mache ich noch ein Display auf von einem XY-Set. Mehr verrate ich jetzt dazu auch noch nicht. Eines meiner Lieblings-XY-Sets. Von daher, ja, der Dezember kracht auf jeden Fall. Von daher würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr da auch fleißig mit dabei seid. Weil, ich denke mal, sowas passiert nicht alle Tage. Und wie gesagt, ich gebe mir auch da ein bisschen Mühe, dass das dann ganz geil wird. So, mittlerweile sind wir übrigens bei Obsidian Flammen angelangt. Wer es noch nicht mitbekommen hat. Ich weiß noch nicht, wie sehr ich es krachen lassen will. Das sage ich jetzt einfach mal. Ich habe natürlich Bock, dass es ultra kracht. Allerdings, oh, ich habe was hier liegen. Das wäre, das wäre richtig sick. Ich sage mal so, es ist aus der Base-Set-Serie. Ja, es ist nicht Base-Set, aber es ist aus der Base-Set-Serie. Es meine ich sogar das letzte Set aus der Base-Set-Serie. Das letzte deutsche Set aus der Base-Set-Serie, wohlgemerkt. Und da steht unten auf dem Booster eine kleine Eins. Und wenn ich das auf die Waage lege, dann ist das... Ne? So. Aber wie gesagt, da weiß ich noch nicht, ob ich das wirklich aufmachen will. So, apropos aufmachen. Letzter Booster für heute. Nachdem die ersten beiden ja so losgelegt haben, kam jetzt irgendwie lang nichts mehr. Von daher, komm. Obsidian Flammen. Klurak extra für zum Schluss aufgehoben. Gönn nochmal. Gönn nochmal auf jeden Fall was. Das fände ich schon ziemlich nice. Pretty nice. Okay, warte. Die noch weg. Feuer. Oh, guck mal. Klurak-Pack aus der Klurak-E-Xbox. Feuerenergie. Let's go. Schallquap. Pupita. Togetik. Rammoth. Ein Lumish-Pross als erster Reverse. Ein Diktri als zweiter Reverse. Ah, Xerox-Holo als Rare. Okkili-Dokkili. Leider dann doch nichts mehr. Von daher bleibt das tatsächlich die Ausbeute von heute. Die drei schönen Promo-Karten aus der Box. Und dann aus Kamin-Sieben-Propor-Base-Set, Eisenrad-EX und Banette-EX. So, was ich aber jetzt mit dem Klurak noch machen werde, ist, wir machen ein Perfect-Size-Sleeve nehmen. Genau, so heißt er. Dann das Klurak ganz gemächlich hier reinsliden. Und dann nehme ich mir dieses wunderbare... Ihr kommt mal weg. In Sicherheit. Dieses wunderbare Kartenhalter-Ding hier. In dem Fall von Ultra Pro. Passt du da rein? Okay, gerade so. Also bei der Acero-Dingern passt es besser. So viel dazu. Dann einmal zu. Und boom. Sieht das geil aus. Gerade ist aber auch safe drin. Das sieht schon ziemlich cool aus. Kann man auf jeden Fall so machen, würde ich sagen. Und dann, wo ist er, da ist er, auf und reingestellt. Zack, peng. So schaut es dann am Ende aus, wenn das Ding in der Vitrine steht. Kann man auf jeden Fall machen. Sieht schon ganz cool aus. Wobei, es kann jetzt richtig drin. Gehe da richtig rein. So. Muss schon ein bisschen drücken. Wie gesagt, die Acero-Dinger ist immer noch in der Richtigste drin. Die Dinger von Acero-G. Also hier die Magnetic Sleeve Holder. Muss ich sagen. Die sind ein bisschen besser. Zumindest jetzt mal so vom ersten Gefühl. Aber okay. Hier steht immerhin drauf. Pokémon Trading Card Game. Das steht bei den Dingern halt eben nett. Weil, wie gesagt, das sind halt so Standarddinger, die du halt für alle TCGs verwenden kannst. Aber so kommt ihr jetzt bei mir in die Vitrine. Und ja. Da würde ich sagen, was das mit dem Opening. Für heute. Ich hoffe, ihr hattet, wie gesagt, Spaß. Die nächsten Wochen werden geil. Können wir schon mal drauf freuen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Halibuschtuch. Ciao. Ciao. Ciao.